Wusstest du schon, dass Erdnüsse nicht zur Familie der Nüsse gehören? Denn eigentlich gehören sie zu der Familie der Hülsenfrüchte, genauso wie Erbsen und Bohnen. Sie sind ein toller Snack und das Beste daran ist, dass sie auch noch sehr gesund sind. Trotzdem sind ihre gesundheitsfördernden Eigenschaften weniger bekannt. Darum wollen wir im heutigen Video auf die Vorteile des täglichen Verzehrs von Erdnüssen eingehen. Von der Steigerung der Energie, der Senkung des Blutzuckerspiegels bis hin zur Verringerung des Krebsrisikos. Mehr dazu nach dem Intro. Los geht's! Nummer 1. Erdnüsse fördern deine Energie Erdnüsse sind eine reichhaltige Quelle für Protein und Ballaststoffe. Diese helfen bei der Umwandlung von Kohlenhydraten in Energie. Die Kombination aus Ballaststoffen und Eiweiß verlangsamt außerdem den Verdauungsprozess, was eine konstante Energieabgabe an den Körper bewirkt. Dies macht sie zu einem großartigen Snack für Zeiten, in denen du dich müde fühlst. Nummer 2. Erdnüsse fördern die Herzgesundheit Der Verzehr von Erdnüssen kann helfen, sich vor Herzkrankheiten zu schützen. Eine Studie fand heraus, dass sie den Gehalt an schlechtem Cholesterin senken können, das zur Bildung von Plagg in deinen Blutgefäßen führt. Es wurde auch gezeigt, dass sie Entzündungen reduzieren, die Herzkrankheiten verursachen. Erdnüsse sind reich an Reservatol, welches ebenfalls bei der Bekämpfung von Herzkrankheiten helfen kann. Eine Studie fand heraus, dass der regelmäßige Verzehr von ihnen auch die Triglyceride senkt, was die Herzgesundheit fördert. Dies ist vor allem auf die ungesättigten Fettsäuren, die Folsäure und das Magnesium in Erdnüssen zurückzuführen. Nummer 3. Erdnüsse unterstützen die Gewichtsabnahme Es gibt mehrere Mechanismen, durch die Erdnüsse die Gewichtsabnahme unterstützen können. Die in ihnen enthaltenen Ballaststoffe und Proteine fördern das Sättigungsgefühl. Obwohl sie sehr kalorienreich sind, ist ein Teil des Fettes in ihnen resistent gegen die Verdauung und wird nicht vollständig vom Körper aufgenommen. Der Verzehr von Erdnüssen führt auch zu einem höheren Ruheenergieverbrauch, was die Gesamtkalorienverbrennung erhöht. Das Hinzufügen von Erdnüssen in deinen Ernährungsplan kann dir die Gewichtsabnahme also leichter machen. Und die Nummer 4. Erdnüsse senken das Krebsrisiko Ein hoher Verzehr von Erdnüssen wurde mit einem reduzierten Risiko für Dickdarmkrebs in Verbindung gebracht. Die darin gefundene Verbindung Isoflavon hat nämlich krebshemmende Eigenschaften. Eine Studie fand heraus, dass Erdnüsse auch das Risiko von Brustkrebs reduzieren können. So, und das war's auch schon für heute. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne unseren Kanal, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.